Christina Aguilera weiß, wie man Stress abbaut und es hat nichts mit Singen zu tun. Sie gab ehrlich in einem Interview zu, dass sie Sex mit ihrem Partner für ein tolles Stressventil hält. Sie sei nicht eine von den Frauen, die zu müde dafür sind. Wir sind uns sicher, dass ihr Freund Matthew Rutler nichts dagegen hat, wenn sie ein paar Überstunden macht. Christina sagte auch, im Schlafzimmer sei der einzige Ort, an dem sie nicht die Kontrolle haben muss. Sie ist eine echte Diva, weshalb es euch wahrscheinlich überraschen wird, wie ihr perfektes Date aussieht. Sie sagte, das beste Date sei, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt und mit einem Käsebrot und einem Glas Wein begrüßt wird. Einfach kann also auch sexy sein. Hört sich an, als ob Matthew keinen Flaschengeist braucht, um Christinas Wünsche zu erfüllen.